Eine Zahnspange zu tragen kann eine groaie Verandierung im Leben eines Menschen bedeuten. Ob aus medizinischen oder astetischen Gera 1 Viertel Dehn, eine Zahnspange kann dazu beitragen, dass die ZA nie gerade Gera 1 Viertel CKT und das Selbstvertrauen gesteigert werden. Doch damit die Zahnspange effektiv wirken kann, ist es entscheidend, sie richtig zu pflegen. In diesem Video werden wir einige Tipps geben, wie man seine Zahnspange pflegen kann, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 1. Reinigung der Zahnspange Die regelmaillige Reinigung der Zahnspange ist das A und O, um die Bildung von Plak und Caries zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Zahnspange nach jeder Mahlzeit mit einer Zahnbar 1 Viertel RSTE und Zahnpasta zu reinigen. Dabei sollten sowohl die ZA nie als auch die Zahnspange Gera 1 Viertel endlich Gera 1 Viertel lastet werden, um Essensreste zu entfernen. Zusätzlich kann man auch eine spezielle BA 1 Viertel RSTE verwenden, um die Zahnspange von allen Seiten zu reinigen. Es ist wichtig, die Zahnspange auch regelmaillig in einer speziellen Lassung zu reinigen, um sie von Bakterien und Keimen zu befreien. 2. Vermeidung von bestimmten Lebensmitteln Beim Tragen einer Zahnspange sollte man auf bestimmte Lebensmittel verzichten, die die Zahnspange beschadigen kann, einten. Dazu gehören harte und klebrige Lebensmittel wie Na 1 Viertel Sesse, Kaugummi und Bonbons. Diese kann ihnen dazu FA 1 Viertel rennen, dass die Dra-HT der Zahnspange verbogen werden oder sich sogar lasen. Auch saure Lebensmittel wie Zitrusfrau 1 Viertel still sollten vermieden werden, da sie den Zahnschmelz angreifen kann ihnen. 3. Regelmaillige Kontrollen beim Kieferorthopadien Um sicherzustellen, dass die Zahnspange korrekt sitzt und richtig wirkt, ist es wichtig, regelmaillige Kontrollen beim Kieferorthopadien durchzuver 1 Viertel rennen. Der Kieferorthopadie wird A 1 Viertel berpere 1 Viertel feen, ob die Zahnspange noch richtig sitzt und ob eventuell Anpassungen vorgenommen werden Ma 1 Viertel S. Diese Kontrollen sollten in regelmailligen Abstadien erfolgen, um sicherzustellen, dass die Zahnspange effektiv arbeitet. 4. Einhaltung der Tragezeit Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es entscheidend, die Zahnspange die vorgeschriebene Tragezeit lang zu tragen. Nur wenn die Zahnspange kontinuierlich getragen wird, kann ihnen die ZA nie langfristig gerade Gera 1 Viertel CKT werden. Es ist wichtig, die Tragezeit nicht zu Werke 1 Viertel zähnen oder zu Bärl ernähren, um den Gewahr 1 Viertel endsten Effekt zu erzielen. 5. Mundhygiene nicht vernachlassigen Auch wahrrennt man eine Zahnspange Trage-T, ist es wichtig, die Mundhygiene nicht zu vernachlassigen. Regelmailliges ZA nie putzen und die Verwendung von Zahnseide sind weiterhin essentiell, um Caries und Plagg zu vermeiden. Es kann hilfreich sein, spezielle BA 1 Viertel CKT zu verwenden, um zwischen den Drahten der Zahnspange zu reinigen. Eine gute Mundhygiene trage T dazu bei, dass die ZA nie gesund bleiben und die Zahnspange effektiv wirken kann. Insgesamt ist die Pflege einer Zahnspange entscheidend, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Durch regelmailliges Reinigen, das Einhalten der Tragezeit und regelmaillige Kontrollen beim Kieferorthopadien kann man sicherstellen, dass die Zahnspange ihren Zweckerfer 1 Viertel LLT und die ZA nie gerade Gera 1 Viertel CKT werden. Mit einer guten Pflege und Disziplin kann man sicherstellen, dass die Zahnspange erfolgreich ist und das Gewahr 1 Viertel endste Ergebnis erzielt wird. Untertitelung des ZDF, 2020